Sonne und Dampfwolken über Hohenebra. Regenwolken über Wassertalleben. Typisches Aprilwetter lässt die zahlreichen Fotografen verzweifeln. Trotzdem ist die Faszination Dampf ungebrochen. Ausfahrt in Wassertalleben. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Wieder hat die alte Dampflok den Zug in Fahrt gebracht. Immerhin für Tempo 110 ist die Baureihe 35 zugelassen. Somit kann sie locker den 80er-Plan der Regionalbahn Nordhausen-Erfurt halten. Zusteigehalt in Kreußen. Mittlerweile erleichtern sich die Wolken ihrer Last. Im strömenden Regen wird in Kreußen der Gegenzug abgewartet. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nur wenige Kilometer weiter, in Gangloff-Sömmern, scheint wieder die Sonne. Der April macht seinem Namen alle Ehre. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018